Ich bin wirklich der Beste in diesem Trick, ich habe diesen Trick studiert. Guck mal, ich kann gar nicht missen, es geht gar nicht. Wenn ich diese Wapp habe, dann ist mein Crosshair einfach automatisch perfekt auf 1, 8, 9. Jo, was geht YouTube? In dem heutigen Video habe ich den Late Game Arena Cup gespielt. Das trotz, ich hoffe, euch gefällt das ganze Video. Vergesst nicht liken, zu subscriben und die Mitteilungen anzumachen. Ich versuche ja immer jetzt alle zwei Tage hochzuladen. Versucht auch mal meinen 2 Channel abzuchecken, Lachy COD heißt er, ab 1000 Subscriber mache ich dann Giveaway und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Danke an den ganzen Support, Kuss und Rangau. Oh Max, es lag gar nicht, es läuft perfekt. Oh mein Gott, ne Scar Chat, das sind die alten Waffen. Oh mein Gott, hör zu. Oh, das ist halt so eine nostalgische Waffe, ne? Oh mein Gott, komm jetzt her. Guck, direkt fühle ich mich wie lebendiger. Also eine gute Waffe im Spiel und ich treffe ja nur noch Max, hä? Ich brauche diese, ähm, Bier da. Oh mein Gott, guck mal wie schön die Waffe ist. Oh mein Gott, hör zu, hör zu, hör zu, hör zu. Oh mein Gott. Ey, ich habe diese Waffe schon seit Jahrhunderten nicht mehr im Elemental gehabt. Oh mein Gott, wo ist die Spass? Wo ist sie? Komm her. Komm zu Daddy. Oh mein Gott, Chat. Mein Schatz, mein Leben, mein Lebenssinn. Oh ja, das ist fantastisch, diese Waffe. Das ist fantastisch, die Waffe. Guck mal meine Waffen, guck mal mein Elemental an. Ey, ihr könnt sagen, das ist das schönste Elemental, was ihr jemals gesehen habt. Ich glaube, die Skar könnte es nur um 1% verbessern. Guck mal, was für scheiß Recall die Waffe hat. Guck mal, wie gut die ist. Das macht die Waffe einfach so fantastisch. Das macht die Waffe super. Ich liebe diese Waffe. Ich habe einfach keine Amuses, ne? Okay, alles gut, ich kann nicht jetzt losrotzen, Digga, dann wird mein Monitor dreckig. Oh, Digga, hier gibt es, das Spiel macht so Spaß, ey. Guck mal, wie schlecht alle sind, wenn ich diese Waffen habe. So kann ich aber nicht bauen, das ist die Frage, ja. Alter ey, also lebendiger kann man sich gar nicht fühlen, wa? Oh, ey, diese Waffe ist so wunderschön, oh my god. Oh, ey, das ist best. Die muss ich aus deinen Händen ziehen. Oh ja, komm her, komm her, komm her. Das ist, du hast wirklich null Aimation auf den Waffen, die müssen das wirklich wichsen. Guck mal, du hast einen Pad im Inventar. So sollte es auch sein. Max, das war der erste Max, aber die hören noch lange nicht auf. Ey, ich bin wirklich der Beste in diesem Trick, ne? Ich habe diesen Trick studiert. Alter, das Spiel fühlt sich so, so macht das Spiel Spaß. Entschuldigung, ich meine es ernst, ne? Ich würde das Spiel wirklich jeden Tag spielen, so. Ich wäre wirklich der Beste Fighter, so. Würde es Diesel Pump geben, aber die gibt es nicht. Ja, 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 ja. Wie schön genug ist. Das Game ist so einfach mit guten Waffen. Ich glaube, wir durch. Peace, Digga. Guck mal, ich kann, ich kann gar nicht missen, es geht gar nicht. So, wenn ich diese Waffe habe, dann ist mein Cross einfach automatisch perfekt auf 189, so 187, Digga. Mein Spaß, Digga. Ich höre kein Drip. Das Grinch. Alter, ey, diese Waffe, ey. Was zwar kein Amuses ist, aber ich brauche diese Amuses gar nicht, Schatz. Ich brauche diese Amuses gar nicht. Du hast es eigentlich nicht. Ich brauche diese Amuses gar nicht. Ich brauche es. Tome So, Ende Gelände hier, letztlich einfach zwölf, ich bin zwölf Jahre alt geworden, automatisch. Oh, reiner Zufall, reiner Zufall, dass ich dich gerade gebankt habe, Digga. Guck mal, ich brauch kein Nemesis, Digga, ich brauch das nicht. Mein Name ist einfach Gott hier. Guck mal, wie der spielt, ey, er spielt in Vergangenheit, er spielt in der Mutter, er will nicht verhalten. Ich störe auf alles, die Leute spielen hier wirklich so, als würden die irgendwie um etwas spielen, ich verstehe das nicht. So, Hunde, Sonnen. Das ist echt bodenlos, wirklich. Geht doch, Digga. Geht doch, Digga. Geht doch, Digga. Geht doch, Digga. Ich bin halt, glaub ich, irgendwie ein bisschen tot oder so, ne? Aber das ist auch nur, das denke ich nur leicht. Scheiße, ey. Er will auch nicht sterben, ne? Ja. Geht doch, Digga. Oh, ja. Geht doch, Digga. Ich muss nicht mehr aufhören. Was ist das? Ich bin der große Lechie, G2 Lechie für euch, B****!